Ich hab wieder Ausdauer-Legendär. Kennst du Ausdauer-Legendär? Ja. Hab ich nicht, kenn ich nicht. Nee, kannst du nicht. Achso, ich kann ja nicht unbedingt springen. Wie kannst du nicht springen? Ja, da oben ist irgendwas. Was denn? Wissen du? Ich suche einen Gang nach oben. Die gibt's nicht. Du musst dir selber einmachen. Vielleicht doch. Glaub ich nicht. Vielleicht doch. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es eingefallen. Okay, ich hab die Treppe gefunden. Welche Treppe? Ich seh keine Treppe. Was ist denn eine Treppe? Ich seh keine. Ich hab da irgendwo ein Bild gesehen. Da drüben liegt der Rucksack. Kann ich da drüber gehen? Ja. Mach doch. Geil. Vitamine. Ich werd Vitamine nehmen. Mach doch. Ich weiß nicht, wo du eine Treppe gesehen hast. Ich seh keine. Du bist da selber raufgegangen in die Treppe, du Lügenbold. Ah, da drüben hab ich das Bild gesehen. Welcher Lügenbold. Oh. Ah. Oh. Du hast Besuch bei dir. Ja, ich weiß. Kommst du klar? Aber das war... Let's um. Okay, geil. Let's um works dabei, oder was? Was? Ein Zombie. Nee, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Oh. Wo waren die Treppen jetzt da? Ich hab einen Geigerzähler gefunden. Ja, warte. Ich muss die Treppen wieder finden. Strahlungsentferner-Mod. Äh, wo war ich denn jetzt? Lumps. Weiß ich nicht. Ich stehe irgendwo. Wo warst du denn? Bei drüben. Ich bin oben. Ah. Blups. Ich bin wieder runtergefallen. Ich hab meinen eigenen Eingang gemacht. Ich hab einfach mal die halbe Treppe abgebaut. Ich hab meinen eigenen Eingang gemacht. Und... Ich hab meinen eigenen Eingang gemacht. Ja. Ich hab meinen Eingang gemacht. Bist du schwanger oder was? Schwanger doch! Lups! He he du auch! Hula hat mich runtergeschubst! Hula ist schuld! Nee! Stimmt nicht! Den Bogen kann man losen! Wieso stimmt nicht? Den kann man zulegen! Den Bogen! Wieso stimmt nicht? Stimmt doch! Was? Ich hab dich nicht gestoßen! Lüg nicht! He 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 Der ist eigentlich, der lügt! Das ist ja Wahnsinn! Ja, das ist das normale Stil, dass die Holo lügt! Nee, da ist auch eine Tasche! Ach du, da war ich gerade! Deswegen ist auch die Nase Kilometer lang! Ah, da gibt es noch einen Stock in die Nase! Nö! Doch! Doch! Nö! Doch! Nö! Hä, was ist das? Blasenziel hier, wenn man... Was Blasen ziehen? Blasenziel! Blasenziel! Was machen da oben? Alles durchsuchen! Hast du die Tasche schon? Ja! Sicher! 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 Ja! 100% 100%! Alles gut! Oh, die war ungelootet! Nee, das gibt's nicht! Doch, die war ungelootet! Das stimmt nicht! Das stimmt nicht! Doch! Da, wo ich bin! Da, wo ich bin schon! Da, wo ist die Treppe? Äh... Wo ist die Treppe? Ich hab's gestürzt! Das ist das beste Opfer! Für ihn! Ah Gott! Er nimmt sich ja auch ein Steak! Der soll weggehen von meinem Dienst! Wo bin ich denn daheim? Wo ist denn der? Ja, keine Ahnung! Der ist geflogen! Ich bin auch geflogen! Bin nach unten geflogen! Wo ist denn der? Der war in der Luft! Ich seh nix! Da oben ist einer! Boah, mich... Mich... Mich kräft er nicht an! Wo ist er? Wo ist der Vogel? Hehehe, Headshot! Wo? Und tschüss, Zombie! Wo ist der Vogel? Weiß ich nicht! Ich befuckte mich Sachen! Da war wirklich gerade ein Vogel! Ich seh keinen! Zombie! Wo denn? Da! Mehrere Zombies! Die pennt! Ne Runde! Ja, ich werd geschlagen! Von diesen... Ach, da ist der! Tschüss! Wer? Der... Der Rabe ist tot! Bist du nicht nach? Bin mit nem Knüppel drauf geschlagen! Der war ja so weit in der Luft oben! Da bin ja gar nicht hinkommen! Bei mir nicht! Bei mir nicht! Und ich bin tot! Nicht so weit in. Warum bist du tot? Weil ich verblutet bin! Ist das der Vogel, den kann man ja auch auspallen, oder? Kannst du ja auch ausnutzen. Was haben wir da gekriegt? Federn und Knochen. Ich seh dich. Ich seh dich auch. Wo denn? Ich seh dich nicht. Du kannst ja grün sehen. Ich seh dich. Hey, Bogenschießen für Ranger 6 benutzen. Und du sagst, ich seh dich. Ah, du bist schon da. Speerjäger Band 2, nice. Sag ich mal rein, oder was? Ja, sag ich du nicht. Ich kann dir nicht helfen. Ich mach's mit der Schaufel. Ich haut einfach mit der Schaufel drauf. Wie, du hast auch eine Spitzacke. Nein, da ist ja fast nichts mehr da. Ich mach's mit der Schaufel drauf. Äh. Holo, komm mal. Komm mal. Ah. Schau mal da rein. Ah. Oh. Okay. Äh. Stell mich mal da rauf, wenn's geht. Mach mal eine Art Hacke. Das rennen wir nach. Viel Spaß. Eh, da sind mehrere. Ja, ja. Komm. Ja, ja. Ich hätte ja auch springen. Ich- 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 nach. Ich- 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 okay. Ich lasse mich mal in Ruhe. Was ist denn da draußen schon wieder? Weiß ich nicht. Alles so ein Messer, ne? Irgendwas habe ich... Der Hund. Welcher Hund? Ich höre keinen Hund. Ich höre keinen Hund. Keinen, keinen Hund. Das ist aber zu scharf. Naja. Der Hund hat einen Speer erwischt. Ich darf ja nicht wahr sein. Erzähl mal ein Stück. Du musst du zerteilen oder nicht zerteilen? Mir wurscht gar noch eine. Geht schneller. Ich mach den Schädel. Ich mach den Bauch. So. Schönen wir die anderen Schäuen noch. Hoppala. Was geht denn da rein? Gibt es nichts mehr? Ruhe. Oder waren es zwei Schäuen? Nummer zwei. So. 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 Ich weiß, euer. Nee, ja. Jeder Boncho. Bist du in der Küche? Nö, ich bin nicht in der Küche. Ich bin in der Küche, okay? Mhm. Ich bin immer nur vermodetes Fleisch. Das ich auch. Gut, aber das brauche ich mal eh, ne? Jupp. Wir brauchen alles. Kann ich doch. So. Was? Wenn du ein Feld haben willst, dann brauchst du ne Menge davon. Was ist das? Was? Was, wenn ich was haben will? Wenn du ein Feld haben willst. Ein Zelt. Ja. Für was ein Zelt? Ein Feld. Ein Zelt. Ein Feld. Mensch, 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 Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Einmal mit Profi. Einmal mit den Koffer. Ähhh. Willst du in den Keller gehen? Jetzt warte mal. Hier geht es in den Keller runter. Willst du nicht zuerst einmal rauf gehen, wenn es was gibt? Aber oben gibt es nichts. Ok, jetzt frags. Hey Zombie. Wo denn? Aber der kommt nicht rein. Doch, irgendwann kommt er schon rein. Irgendwann kommt er rein. Aber zu oben ist nichts außer Ende. Ja bitte, der springt wieder während der Ski ist. Na komm. Huh, was ist jetzt los? Ich bin da drauf. Komm, Mann. Ich bin da drauf. Komm, Mann. Ich bin da drauf. Nix was. Wo bist du da drauf gekommen? Ich habe einen eigenen Eingang erschaffen. Ah. Ich bin gleich am Looten. Alles gelootet. Ach Gott. Wir brauchen einen Eingang. Nicht alles. Wie nicht alles. Wie nicht alles. Da ist noch was gelegen. Das hast du noch nicht. Ist da oben auch noch was? Der ist untergefallen. Und das war der Schädel. Da ist was in der Kiste für dich. Ja da ist auch was. Magst du auf? Ja. Oh. Nadelpfaden habe ich noch nicht. Ich schon. Und eine Rohrbombe. Ich kann das alles nicht mitnehmen. Ich komm schon. Oh, ich bin auch schon voll. Ein Stück habe ich noch. Einen Platz. Was haben wir denn da? Gelandet. Ola. Eine Schlange. Was? Da war eine Schlange. Die hat mich gebissen. Oh oh. Hm. Ich kann von den Sachen einfach nichts nehmen. Nichts. Ja. Auch da ist immer wieder. Was zerlege ich? Weiß ich nicht. Was willst du zerlegen? Äh. T-Shirt haben wir genug. Äh. Ja aber dann kann ich alles mitnehmen. Wenn ich das. So. Jetzt bin ich aber voll. Ich bin noch irgendwo im Keller waren wir noch nicht. Gell? Nö. Ja. Hast du noch genug zum trinken? Da ist ein Wildschwein draußen. Oh. Oh. Ein Wildschwein. Wenn du da raus schaust. Ja. 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 Ein Schlag auf den Schädel und das war weg. Wir brauchen eh Fleisch zum Essen. Ja. Ja. Wie ist denn da? Ich hab's. Einen Keller gibts du auch? Ja. Wo ist der? Da war wir vorhin waren. Ja. Da waren wir ja noch gar nicht. Oh, oh, ich höre was. Da ist der Ruhm. Was bringt eigentlich noch mal gegen Infektion? Nein. Was? Was bringt noch mal gegen Infektion? Oh. Der ist weg. Jetzt, wo ich so viele Pfeile habe, kann ich meine ganzen Steinpfeile wieder sammeln. Das ist ein Witz. Was ist denn das eigentlich? Ich weiß nicht, was. Da geht es ja weiter. Naja. Da ist ja jetzt nur nix. Aber wir müssen uns gar keine Mine mehr machen. Wir haben ja jetzt eine Mine. Da sind Nägel drin. Und da geht es wieder raus. Was? Da geht es wieder raus. Ich höre was. Ich auch. Jetzt haben wir draußen. Den habe ich jetzt aus dem Kopf abgehauen. Leer, leer. Was ist das für Material? Was? Das, was da so schwarz ist. Lehen. Ach, okay. Aber wenn das eine Mine ist, dann muss es doch eigentlich was geben, oder? Nicht immer. Warum ist das da Licht herunsten? Keine Ahnung. Ich weiß, was meine Taschen wieder gut gefüllt sind. Ja, meine auch. Oh oh. Was denn? Ich kann das nicht sammeln, Kunststoff. Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Ich habe euch heute gesagt. Ah, viele andere. Wahrscheinlich. Was denn? Ich muss was trinken. Was ist zu viel? Zuffel, 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 Zuffel. Hast du zu vieles? Was habe ich? Zu vieles. Du kommst auf das. Genau. Ah, ich hab Durst. Wow, ich hab 42 Stück Fleisch eingesteckt. Ist doch gut. Ich geh mal wieder ein bisschen Fleisch moppen. Und ich mach dir die Möbel kaputt. Okay. Nee, mach den Mikro, weil der Schrott. Kabumm. Der Zombie kommt. Der wer? Der Zombie. Ah. Der hat seinen Kopf verloren. Okay. Da kommt noch keiner. Kann ich sie? So, guck hinter dir. Also jetzt ertreffen mich immer weniger. Ja und du besser wirst, dein Skill ist verbessert. Der ist nicht mehr so schlecht wie am Anfang. Ich seh nix. Ich hau den an einem Schädel und die fallen nicht um. Aber jetzt. Der ist knüppelhart. Kann ich das nicht nehmen? Der gibt's nix. Oh. Was denn? Drahtwerkzeug. Ich kann aber nix nehmen. Da hab ich dir auch wieder sagen. Eine Runde Mitleid. Zombie. Oh ja ich kanns nehmen. Jetzt pinst du schon wieder. Ne ich bin voll. Das ist schlecht. Was hast du denn gegessen? Ich kann da das. Warte halt nochmal. Ich hör was. Ich nicht. Ich. Wo ist da wer? Draußen. Ah viele. Die stehen am Kopf über. Wo denn? Ah da gehts. Da hinten. Mach du nix. Ah da ist ein Hut. Lass ihn doch raus. Ich trottel mach die Tür auf. Autsch. Ja. Du musst mich da hinschubsen Holo. Ich bin ja gar nicht angekommen. Jaja. Jetzt bin ich verkrüppelt. Du hast mich halt. Du hast mich halt. Du hast mich verkrüppelt. Das soll das he? Ne Spaß. Da kommt aber einer von links. Ah da kommt noch einer. Ich kann nicht flüchten. Wenn ich verkrüppelt. Der pinnt. Der pinnt. Hä? Da unten liegt nur einer. Der pinnt noch immer Ruhe. Der Kräuter. Er hält schon. Hihihihi. Ein auf die Tür. Hihihihi. Utsch. 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 Du bist draußen, ich bin drinnen. Ich hab da draußen noch einen Zombie-Cup. Ja, ich hab einen Hund. Jawoll. Was hast du jetzt gemacht? Er blutet. Was? Er blutet, nix was. Ja, ich hab wieder an. Wegen Holo bin ich gestoppen. Nix Spaß. Ja, ich bin druntergeflogen. Aha. Ich bin ja schon wieder weggeflogen, das gibt's ja nicht. Ja, gleich stier weh. Wieso? Wieso denn? Das tut nix mehr.